Die KfW, Deutschlands größte Entwicklungsbank, startet einen 100 Millionen Euro Blockchain-Bond. Das geht aus einer Pressemitteilung der Börse Stuttgart hervor. Die Emission des Bonds stellt einen Meilenstein für die KfW dar. Sie zeigt die Bereitschaft der Bank, neue Technologien zur Stärkung ihrer Finanzprodukte zu nutzen. Dieser Schritt könnte auch andere Banken ermutigen, Blockchain-Technologien zu übernehmen. Ein erfolgreiches Projekt der KfW könnte als Vorbild für die Branche dienen. Auch J.P. Morgan, Amerikas größte Bank, experimentiert mit dem Konzept. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich dieser Blockchain-Bond entwickelt. Die KfW setzt damit ein starkes Zeichen für die Zukunft der Finanztechnologie in Deutschland. Diese Meldung erschien zuerst auf BTC Echo, geschrieben von Giacomo Mayhofer.